Herzlich Willkommen zu unserem Theodobu. Na, was ist denn das jetzt wieder für ein Stück von denen, Chris? Das heutige Requisit, die heutigen Requisiten, lassen vermuten, dass es sich um die Vogelhochzeit handelt. Oder dass jemand beim Liebesspiel durchgekitzelt werden wollte. Ist denn die Feder eigentlich von der Nachtigall oder von der Lerche? Also ich weiß, dass die Feder vor allem zum Schreiben benutzt worden ist, jedenfalls von der männlichen Hauptfigur. Und am Ende konnten sich die Liebenden dann auf die goldenen Kissen betten.